Willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM, einem Jahr um. Das letzte mal haben wir ein UFO über Finnland abgeschossen und jetzt sind wir dort mit unserem Trupp. Wir haben unsere erste Laser-Kanone dabei und wir werden jetzt, wenn es geht, möglichst vorsichtig mit dieser Laser-Kanone umgehen. Immerhin habe ich keine Lust. So schön ist es jetzt doch noch nicht. Ich habe gedacht, dass eigentlich schon früh sein müsste, dass eigentlich schon Tag sein müsste. Leider ist dem nicht der Fall. Okay, das hat nicht wirklich viel gebracht. Wir steigen jetzt dabei. Nix. Weiß, rechts und daneben. Das ist definitiv. Ihr seht es mal, so we cross it. So, der Rest von euch. Warten wir mal in der Zwischenzeit mal hier. Beziehungsweise kommt dann erst nächste oder übernächste Runde raus. Ja, das ist okay, solange sie nicht schießen, dürfen sie rumrennen. Okay, haben wir da irgendwo schon das UFO gesehen? Also da noch nicht und die Karte ist auch um einiges größer als die letzte. Ich sehe nichts. Wir werfen. Hm? Gut. Nächster. Nächste. Zdenko. Mhm. Du wartest noch ein wenig. Nächster. Gut. So, so wey. Okay. Wann hab ich hier hinten versteckt? Nö, 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 nö. Du. Das ist doch ein paar hier. Hm. Nö, nö, nö... Jetzt erstmal so, das ist ganz tief. Zuerst geht tief. Nö, nö. Hm. So, Stenkel, das darfst du auch hier. Okay. Amount. Ah, sehe ich jetzt erst. Da geht ja gar nichts mehr. So, jetzt bleibt es hier noch. Was bewegt sich hier die ganze Zeit? Die sollen herkommen und sich abschießen lassen von mir am besten. Wo fangen wir an? Bei dir. So, dann... ... 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 Die Raketen. Ja, du bleibst noch mal stehen, da gibt es einen Schritt vor und dann die Ecke. Das sollten wir oft ausstellen. Na dann, schauen wir mal was passiert. Ich bin beeindruckt. Wer war das? Weißt du das? Ich glaube schon. Wahnwitz, weil wir haben es da erschossen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Oder er was? Oder sie? Ja, da, Min Kyu Song. Und da oben haben wir Min Seogyu. Okay. Ist das interessant? Na gut. Wie gesagt, wir gehen da um die Ecke bis zu dem Baum. Gehen in Deckung. Ich habe das Raumschiff gefunden. Immerhin. Wieso sind da zwei tote Dinge? Ah. Das kann ein Token sehen. Das ist ein Elektroflayer. Ähm. Okay. Hey. Wir sehen noch ein Alien. Wow. Wie sehen wir das? Achso. Dadurch dieses Ding durch. Können wir das Alien abschießen? Hm. Nein, können wir nicht. Okay. Kannst du das Alien abschießen? Kein Kleiner Fire. Wie schaut es jetzt aus? Mach immer nicht. Ich mach mal feier. Oh. Es hat mich gesehen. Es hat mich gesehen. Hier noch. Kein Kleiner Fire. Ach. Zäh. 1336. Wir können ja noch einmal schießen. Das heißt, no line of fire blöde Bäume. Ich hasse euch. Wie können wir jetzt schießen eigentlich? Aber Knie? Auch nicht. Na gut. Soll ich sein. Hm. Um und. Geh weiter. Wenn du nicht schießen kannst, ist das nicht so schlimm. Wenn du selbst erschossen wirst, ist das schon schlimm. So. Kannst du auf den schießen? Ich fürchte nicht. Wir sehen ihn, können aber nicht auf ihn schießen. Das gefällt mir nicht. Wechseln. Ich schaue dich. Hier gibt es die Schmerze. Ich schaue mich. Okay, wir können wieder das eine noch das andere machen. Gut. Okay, der bleibt da stehen. Hm, hast du jetzt einen Treffer? Ich habe befürchtet, dass du da nicht richtig stehst. Hm. Okay, wieder das einschalten, dass wir noch so weit gehen, dass wir nachher noch einen Snapshot haben. Hm. Hm. Dominika. Na, du kannst da nicht reinschießen, da triffst du sicher irgendeinen Baum vorher. Hm. Schauen wir mal, ob die Friederika treffen könnte. Nö. Kein Line of Fire. Okay. Von da vielleicht. Äh. Auch kein Line of Fire. Gehen wir in Deckung und hoffen, dass das nicht das Schlimmste passiert. Das Schlimmste wäre, dass wir alle sterben. Okay. Das müssen wir da stehen. Ah. Ah. Wie viele sind da? Das gefällt mir nicht. Das sind ja sehr viele. Aliens. Hm. Mist. Um es mit Bernd dem Brot zu sagen. Okay. Hm. Das ist ein Korps. Ja. Das ist ein Korps. Ja. Da können wir nichts mehr tun. Wo haben die hier geschossen? Keine Aliens sind hier eingezeichnet. Das ist ein bisschen ärgerlich. Mhm. Das ist mal einer. So. Jetzt haben wir mal alles vergeräumt, dass sich mal auf dem Ebene steht. Und treffen wir ihn noch immer nicht. Mal schauen, ob du was triffst. Okay. Du hast was getroffen. Okay. Du hast was getroffen. Okay. Uh-huh. Okay. Mm-hmm. schauen wir mal ob wir von der seite vielleicht auf diesen alien kommen da drüben muss es irgendwo einen alien geben ja wir sehen ihn das ist not enough time studio und so ich weiß was es heißt kannst du vielleicht drauf schießen haben wir getroffen aber einmal ist kein mal triffst du dort hinten vielleicht hin und trotzdem sogar erschossen das ist gut zwei aliens weniger ist gut zwei aliens weniger ist wirklich gut besuchen fähig bascha murumbi komm mein lieber und hilf mir na gut an dieser stelle werden wir für heute wieder aufhören ich werde auch aufhören weil ich bin hundermüde ich spreche jetzt ab und mache von hier weiter dann das nächste mal vielleicht hat man gemerkt dass ich müde bin auf jeden fall sehen wir uns hoffentlich bald wieder ja bis dann tschüss euch